Was du in Berlin gemacht hast, das ist so. Du musst es ja verantwortlich sein. Ja. Das ist ja etwas kleiner, aber das sind die grünen und die größeren. Ich sehe jetzt nicht so viel ausgestrahlen. Ich glaube, da haben wir oben schon mehr. Ja, größeres. Das ist dann schon gut. Die Mutter rollt. Ist der Richter hoch? Ich müsste alle sehen. Ja, ich glaube, das ist doch so. Und beim Prater erkennst du, dass er ein bisschen größer ist. Und dass er einfach nicht so schön ist. Ein bisschen schöner ist. So. Ich komme zum Ausgleich für die Schwanzzeichnung. Nein, warte mal. Doch, nein. Lass mich. Soll ich mich vertan? Das ist doch die Mutter dahinten. Die Mutter hat sein. Das ist jetzt beim Ohr. Das klingt so ein bisschen im Lebensmittel. Kannst du die beiden anderen erscheinen. Das sind die Zwecklade oben. Das sind die Kleinen. Genau. Das ist schon zu groß geworden. Das ist schon sehr schwierig. Aber das sind dann immer nicht so groß. Und das ist dann auch noch ein größerer. Und das hinten liegt dann auch. Noch ein größerer. Ja, die haben jetzt Kürbisse bekommen, wenn er es alle gegeben hat. Ja. Die haben auch Kürbisse. Ah, der Zoffkürbisse. Super, super. An die Ziegen, oder wie? Nein. An die Hühner, oder wie? Ah, wo? Okay. Das ist ja der Wiener. Das wollte ich eigentlich mal genauer erklären. Hier steht drinnen, was du alles erwarten musst. Wenn du Kürbisse lernen musst. Was hier steht hier in der Mitte. Das steht, wie du Kürbisse. Ach, das ist gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.